willkommen zu einem weiteren video und in diesem video wollen wir einmal ein bisschen raiden ja es ist es ist morgens ich habe mich eingeloggt ins spiel und ich mache meine morgendlichen raids und da würde ich einmal gerne euch mitnehmen und das machen wir jetzt machen die sechs flaggen weg und die restlichen flaggen kommen ja dann durch das turnier da sehen wir dann im turnier sehen wir dann die wunderschöne kiste so was mir auffällt hier jetzt in dem fall nicht okay auch nicht da haben wir unseren ersten mono kandidaten aber direkt zweimal verloren auch mono spielen extrem viel mono das ist mir das ist so dass das resultat was ich hier raus immer nehme jetzt mal nicht hier haben wir jetzt wieder einen gewonnen ach so das war der von gerade hier unten der mono spiel coach spielte auch mono dann gehen wir erst mal hier hin also akti pip auch mono warum spielen die alle mono das ist die große frage wir haben sandmann santa und richard hier könnten wir immer vorgefertigte teams da heißt das wenn wir es jetzt schon aufnehmen dann machen wir neue team so ein blau grünes team wäre da nicht schlecht aber mal campus campus wir werden neue leute probieren campus frieda und kobalt mit was grünem machen wir mit mit dodge Und dann hier. Dann unser Freund. So, dann gucken wir mal, ob das so funktioniert. Können wir theoretisch auch... Obwohl... Eigentlich egal, haben beide die Breakpoints. Das passt auch. So. Dann gucken wir mal. Neue Teams, neue Team-Creation. Auf geht's. So. Ja, sieht aus wie vom Krieg. Die Borts bleiben kacke. Genau. Hoffen wir, dass hier was Grünes kommt. Okay. So, jetzt müssen wir schon wieder ein bisschen risky spielen. Mal hoffen, dass was kommt. Ja, das Problem ist... Vivical, äh, Quatsch. Der Dealen löst jetzt danach aus. Und das könnte... Oh, fast das Ende schon sein. So, jetzt ist Zeit zu dodgen. Drei. Heier. Ähm... Das mal so. Okay. Dodge. Danke. Gut gemacht. Ich bräuchte mal so langsam meinen Heiler. Okay, da kommt er. Gut, jetzt... Stopp. Hör auf. Lass das... Lass gut sein. Okay, Talagan. Campus an. So, wir gehen jetzt auch direkt mal auf. Weil wir machen jetzt extrem viel Damage. Wir mussten es nur überstehen. Ja. Einmal geladen. Äh, grüne Diamant war natürlich jetzt auch ein bisschen glücklich. So. Sudan haben wir gewonnen. Da haben wir auch schon die Revanche losgeschickt. Im zweiten Mal hat er mich dann besiegt. Auch Mono. Asensor. Okay. Das ist ein interessantes Team. Was hat er denn? Telluria. Okay, dann spielen wir mit Rot. Drei Rote. Drei Gelbe. Zweimal Rot, zweimal Gelb. Drei Mal Rot. Drei Mal Rot. Dreißiger. Drei Mal. Machen wir das so. Okay, das passt auch. Okay, gucken wir mal. Einfach mal komplett neue Konstellationen ausprobieren. Ja, ich brauche. Warte, hier haben wir jetzt schon mal Rot. Wenn wir den hier zur Seite machen, dann haben wir die Chance hier unten Rot und da oben Rot. Okay, wir kriegen Gelb. Ja, gut. Gut. So gefällt mir das. Okay. Wir haben Gelb unter Victor. Wir können eigentlich hier mal hingehen. Brauchen wir das? Wir machen das einfach mal an. Ich weiß nicht, ob Victor das aushält. Aber weißt du was? Wir gehen mal da hinten drauf. Wir machen das so. Ah ja, klar. Hier passiert ja nicht viel. Wir haben ja das von Garnet drauf. Da passiert nichts. Wir machen das safe. Nein. Ah. Okay. Ari an. Minions an. Gut, jetzt müssen wir Bewegung machen. Anders kommen wir jetzt hier nicht zu Potte. Deswegen habe ich auch Garnet ausgelöst, weil ich weiß, dass... Oder... Wahrscheinlichkeit war hoch, dass Mitsuko auch auslöst jetzt. Dodge. Dodge. Gut. Oh, sogar hier mit Dingens. Ähm. Ich werde mal gucken, ob wir Mitsuko wegkriegen. Weil die kann nicht reviven, so wie Poseidon. Und Ariel lädt auch gleich. Sehr gut. Äh. Wir machen weiter Bewegung. Die heilt jetzt eh. Ah, siehst du? Das meine ich. Genau das meine ich. Dodge. Warum dodge denn nicht bei ihm? Was ist denn da los? Ihr müsst auch bei Poseidon dodgen. Nur weil er der Herr der Ozeane ist, heißt das nicht, dass ihr da jetzt VR-Furche erstarren müsst. So viel auch nicht. Okay. Dodge. Ja, geht doch. Gut gemacht. Neuer Minion. Neuer Dodge. Dodge. Aber ich würde sagen, dann machen wir mal Poseidon weg. Wenn das denn hinhaut. Haha. Natürlich nicht. Okay. Dann, ähm, geht das auch so. Okay. Eigentlich ist dieses Team auch sehr schön, oder? Also. Ich stelle schöne Teams zusammen. Ach, quasi war sogar nur dreifach. Hätten wir auch noch machen können. Okay. Aber passt schon. So. Dann. Ach ja, Snurpa war ja Mono. Na, gelb und lila. Ah, ha, 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 ha. Na, gelb und lila. Dreimal gelb, zweimal lila. Wir machen mal komplett durcheinander die Teams. Edlin ist noch nicht so weit. Dreimal gelb, zweimal lila. Leila hat das gerade gut gemacht. So, und den lila. Nehmen wir. Hatte ihn schon ganz lange nicht mehr. Mit den nehmen wir jetzt mit. Kommt, Jabba. Ja, das schaffen wir. Okay. Okay, passt schon. Komm, Jabba. Auf die Heiler dann schön außen. So, gelb. Dann das. Das geht in rot über. Wir kriegen lila nach oben. Okay, das sieht sehr gut aus. Wir können nochmal lila nehmen. Würde ich auch sagen, wir haben die Chance auf gelb. Perfekt. Jawohl. Gut, dann würde ich sagen, hauen wir Oreos raus. Der kann nicht ausweichen oder sich reviven. Arbeiten wir uns hier an der Seite ein bisschen entlang. Rot in blau. Lila haben wir dann auch. Okay, hier haben wir auch gelb. Wunderbar. Schauen wir das so. Ausgewichen, natürlich. Mal hin, weichen die dem Gift nicht aus. Dann nehmen wir nochmal lila. Ich warte jetzt. Auch wenn ich Mariana hätte killen können, aber das Gift killt sie jetzt. So, und jetzt geht es nämlich auf Kobalt. Das war der Gedanke da. So, weiter ghosten. Okay, ja, jetzt kommt die Heilung. Das ist natürlich klar. Kurz vor dem Ende. Im Endeffekt egal, auf wen er geht. Ja gut, so wird es auch. Overkill. Gut. Gut, gut. Achso, das war der. Okay. Dera. Mit Minions. Okay, dann nehmen wir Grimble mit. Definitiv Grimble. Aber wen nehmen wir noch mit? Gelb. Ja, wir nehmen Gelb mit, aber wir nehmen auch Grimble mit. Heißt, Delilah bleibt mal. Oder wir können, wir nehmen mal Vivica mit. Grimble bleibt. Grimble. Ich nehme ihn mal mit, komm. Mal gucken, wie schnell er zuschlägt. So, naja, Grimble kann ja sogar auch die 26er kriegen. Das passt. Okay, gucken wir mal. Gucken wir mal, wie das Team läuft. Gelb und Feld mit Grimble, wie immer. Aber das könnte nicht schlecht aussehen. Wenn ich den, klar, das ist jetzt, ich habe doppelte Chance, ja. Ich spiele den rüber. Habe die Chance, dass hier vier Lilane kommen. Also, ein Lilane für vier Lilane. Ich kann aber im nächsten Zug dann theoretisch die Roten machen. Dann rutschen die Lilanen hier hin. Ja. Und dann können wir hier was machen. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Wunderbar. Jetzt brauchen wir. Ja, komm, wir machen hier Diamanten. Senan ist schon auf zwei. Er ist gleich geladen. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich würde Senan schon mal, warte mal, wir machen Rigat schon mal an. Wir machen Senan schon mal an. Wir triggern jetzt mal Frost. Wir klauen ihm die Minions. Wir haben dann hier die Gelben. Gut, das war jetzt Prolateralschaden. machen wir das so. Dann können wir hier die Gelben runterziehen. Und sieben und acht hat er schon. Also, selbst alleine macht er da schon ordentlich Betrieb, ne? Also er spielt da schön mit sich selber. Ach, da waren die verrückten Unterhosen. Verrückte Unterhosen. Verrückte Unterhosen. Das geht ab. Das geht ab. Verrückte Unterhosen. So, was haben wir hier? Balisti. Auch Mono. Old Dragon. Okay. Sehr interessantes Team. Na ja, er spielt. 2-2-1. Einem Heiler. Und das spiele ich jetzt auch. 2-2-1 mit einem Heiler. Okay. Dann ist Riga hat mein Heiler. Aber ich muss erst mal gucken, was die für ein R verwerfen. Hier würde ich, also Geld nicht. Ich könnte mit Grün spielen. Zwei Grüne, zwei Blaue. Zwei Grüne, zwei Blaue. 2-2-1. Okay. So. Noch zwei Blaue. So, das ist mein 2-2-1. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Okay. Blauer Diamant ist schon mal gut. Grüner Diamant ist auch schon mal gut. So macht 2-2-1 Spaß. Ja. Dann gehen wir mal hier drauf. So. Wir können weiter Grün machen. Würde ich auch tatsächlich. Oder den Lila Diamanten machen. Ja, wir machen Grün, weil dann sollte Marjana weg sein. Mit dem Grün und dem Grün. Ja. Okay, das Board ist natürlich albern, ne? Haben wir jetzt Schwein gehabt. Aber ach, ja, natürlich. Ach komm. Das tut mir leid. Ja, also da kann ich ja auch nichts für. Aber sowas immer gerne im Krieg. Das wäre schön. Anubis, auch Mono. Da hat er nochmal mit Mono Gelb verloren. Er hat's versucht. Er hat nochmal mit Mono Gelb verloren. Auch Mono. Dann hat Andrei mit Mono gewonnen. Okay. Ah komm, das Team ist schön. Das spiel ich nochmal. Das hat gut funktioniert. Obwohl es jetzt eigentlich gar nicht mehr zu dem Team hier, zum gegnerischen Team passt, aber Mal schauen. Ja. Ambus können wir anmachen. Sehr gut. Regat macht die Blindheit weg und Kobalt geht mal drauf. Das ist ja schön. Bei der zweiten Ladung geht er auch schon auf alle, ne? Das ist der Vorteil. Okay, da haben wir Glück. Also mit dem Team laufen die Kombos, ja. Ich bin schockiert. Ein Overpower Team. Okay. Ja, kommen wir aus. Gut. 6 von 6. Sind wir schon mal gut in den Tag gestartet. Ah, Mono hat wieder verloren. Mono hat wieder verloren. Mono hat wieder verloren. Rainbow hat verloren. Okay. Ja, das ist auch... Ja. 4-1 gewinnt. Okay. Das sehen wir dann aber andermal, falls wir es überhaupt sehen. Ja, so. Wir haben jetzt hier 6 von 6. Dann sehen wir die die Vollendung der Kiste später im Turniervideo. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao. Vielen Dank.